Seit drei Monaten trage ich jetzt dieses Nike Plus Fuel Band und ich habe mir überlegt, vielleicht wäre es Zeit für ein kurzes Fazit dieses netten iPhone-Zubehörs, dass man sich ums Handgelenk legt und das dann anhand von Beschleunigungssensoren so ein paar Werte erfasst, die man so pro Tag abarbeitet. Es ist außerdem eine ganz tolle Uhr und es synkt natürlich mit dem iPhone, deswegen wird es hier vorgestellt. Über Bluetooth, man kann irgendwie einfach auf den Knopf drücken und die abstarten und dann werden die Werte, die das Armband so ermittelt, aufs iPhone übertragen und dann auch auf den Nike Plus Account geschoben. Ich bin ganz zufrieden damit. Mir ist es jetzt mittlerweile schon sogar irgendwie so nach 90 Tagen ans Herz gewachsen, ans Armgelenk gewachsen, dass ich mich komisch fühle, wenn ich morgens aufstehe und es nicht umhabe. Das merkt man gleich irgendwie nach ein, zwei Minuten, so die Gefühlslage, die Hardware wird man vermisst schon. Also soweit ist es dann schon. Ich sehe aber trotzdem keinen großen Wert in der Erhebung der Daten. Ich erhebe sie nur gerne. Das Armband trägt sich sehr locker, ist relativ steif und verbiegt sich nicht. So ein bisschen angeraut. Es macht nichts aus, wenn man irgendwie ein bisschen schwitzt. Man kann es einfach abwischen. Ich trage es nicht im Bett, ich trage es nicht unter der Dusche, obwohl man das beides wahrscheinlich könnte. Der Akku hält irgendwie für zehn Tage und warnt aber irgendwie einen Tag vorher, bevor er irgendwie ganz ausläuft. Das heißt, man kann es dann einfach in irgendeine USB stecken und dann lädt er innerhalb weniger Stunden wieder auf. Wer nicht damit klarkommt, ständig daran erinnert zu werden, wie viel Sport man denn heute noch machen könnte, der ist beim Fuelband wahrscheinlich falsch aufgehoben, obwohl die Daten, die dort erhoben werden, alles andere als ernst zu nehmen sind. Das ist kein Fitness-Quatsch-Ding oder beziehungsweise es ist Quatsch in Bezug auf Fitness. Es sind einfach Daten, die ermittelt werden. Der Beschleunigungssensor macht nicht viel Unterschiede, ob man ruhig am Schreibtisch sitzt oder ruhig auf dem Fahrrad. Trotzdem stimmt die Tendenz und das macht das Nike Plus Fuelband zu einer netten, netten Spielerei.